Und ich wollte hier noch eins sagen, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Ist hier jemand, der heute zu den Glücklichen gehören will? Der den Islam annehmen will? Alle nach vorne kommen. Wenn ihr den Islam annehmen würdet, solltet ihr nach vorne kommen. Da ist einer. Allahu Akbar! Allahu Akbar, da ist einer. Komm nach vorne. Lass dich mal durch, lass dich mal durch. Ist hier noch jemand, der Islam annehmen will? Hier ist noch einer. Allahu Akbar! Takbir! 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 Noch einer, der Dritte. Alhamdulillah. Allahu Akbar! Leute, wir wollen Zugabe haben. Zugabe! Ja, siehst du das auch so? Siehst du das auch so? Äh, auch Schwestern. Also drei, gibt es nicht noch mehr? Wer will noch, ich soll einmal nehmen? Moment. Okay. Ah, vier! Ah, du bist die Freundin. Okay. Also wir haben... Wer will jetzt? Du willst den Islam annehmen? Du willst den Islam annehmen und du, ja? Ihr drei. Ja? Okay. Gut. Ist noch jemand hier? Aufzeigen. Alhamdulillah. Okay. Wo ist das Schwerd? Wo ist das Schwerd? Und, sei die bezahlt worden? Ja, aber da ist die Kamera, Leute. Gezwungen worden? Gezwungen worden? Ja, sieh mal. Did you get paid? Okay. No. Did somebody, äh... Force you? Okay, drei Leute. Vier? Da kommt noch einer. Ja, sieh mal. Ja, sieh mal. Ja, sieh mal. Ja, sieh mal. Du auch? Du willst auch Islam annehmen? Inschallah, Uda. Wir müssen jetzt erstmal den Islam annehmen. Ich muss echt was erzählen, Uda. Also, wir schaffen das nicht mehr. Wer will jetzt Islam annehmen? Du auch? Okay, Alhamdulillah. Fünf, ne? Bitte mal, du willst ja nicht Islam annehmen. Geh bitte mal nach außen. Du willst Islam annehmen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Sechs. Allahu Akbar. Takbir. 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 Das ist unser Geschenk. Das ist unser Geschenk für noch einer. Es ist noch jemand hier. Ich wollte mich übrigens, bevor ich es vergesse, noch einer, sieben, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte mich bedanken, bevor ich es vergesse, bei dem Richter, dass die sich heute für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit entschieden haben. Ja, das kennen wir an. Okay, Dr. Bilal, please, please, geht mal auf Seite, damit die Leute so, stellen euch mal in eine Reihe. Bitte. geht mal. Alhamdulillah, we have three more. Three more. Okay, alle in eine Reihe. Bruder, stellen euch mal in eine Reihe mit Schuhe. Ich wollte mich bedanken. Noch eine. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. 10, 10. Okay, gibt es noch jemanden hier? Noch eine. 11, 11. 12, 12, 12, 12, 13, 20, 30, 12 12 ok ok es noch jemand hier 13 alle warte lasst ihn mal bitte durch 14 14 10 10 10 10 10 10 11 12 10 12 10 15 ok 16 ok 16 ok ok 15 15 15 15 15 15 16 15 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 Wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Schahedah. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Schahedah mit. Und übrigens, die meisten von Ihnen sind Frauen. Ja! Okay. Okay. You say all together Schahedah, okay? Ja, sag alle Schahedah. Ich mach, ich mach auch zusammen. Ja, das ist mein Freund, ich muss die Dauer. Okay. 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 Ich mach mit, öke? Das heißt, ihr müsst mitt mache, 해요le ich mach mit, okay? Die schadet, dass es nicht nur God geilt, ist dennised? Das heißt, ich mach mit. Was ich? Ja, ich mach mit. Is-Eich, ich mach mit! Das heißt, ich mach mit! Und ich mach mit! Untertitelung des ZDF, 2020